Und eine Frage habe ich von Melanie Hering bekommen. Sie möchte gern, dass etwas gegen die Wahlmüdigkeit in Schleswig-Holstein unternommen wird. Das ist natürlich die erste Rückfrage, liebe Melanie Hering, warum sind Sie wahlmüde? Bei dieser Wahl geht es um was. Es geht darum, dass die Rechten draußen bleiben. Es geht darum, dass die Sozialdemokraten stärkste Kraft werden. Es geht darum, dass wir unsere Politik der Gerechtigkeit fortsetzen können. Es geht darum, dass wir für junge Menschen mehr Bildungschancen schaffen. Es geht darum, dass die Kitas gebührenfrei werden. Es geht darum, dass wir human mit den Frauen und Männern umgehen, die auf der Flucht zu uns kommen. Es geht darum, dass wir die Infrastruktur nicht nur bereden, sondern tatsächlich auch reparieren. Es geht um eine ganze Menge bei dieser Wahl. Und ich kann gar nicht verstehen, warum man denn meint, dass man zu müde wäre, da hinzugehen. Aber wenn Sie welche kennen, die müde sind, Sie sind selber bestimmt nicht, erzählen Sie denen, worum es geht. Wenn wir nicht zur Wahl gehen, die Rechten gehen aber zur Wahl, dann sind die im Parlament. Gehen wir Demokraten zur Wahl? Und zwar viele von uns verhindern wir, dass die reinkommen. Wollen wir gebührenfreie Kitas? Musst du SPD wählen. Bleibst du zu Hause, zahlst du wieder Gebühren. Und so geht es über alle Themen. Und ehrlich gesagt, für Wahlmütigkeit haben wir so gar keine Zeit. Also aufwachen und wählen gehen. Gehen wir bis zum nächsten Mal. Musik 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 Vielen Dank.